Mit der dynamischen Suche in der Desk-Tireline finden Sie Informationen schnell und einfach. Ob Artikel wie zum Beispiel Reifen oder Felgen, Kunden, Fahrzeuge, Belege, Einlagerungen oder Kombinationen aus verschiedenen Bereichen, alles wird präzise gefunden. Alle Suchen lassen sich individuell an ihre Bedürfnisse anpassen und beliebig viele suchen können angelegt werden. Die Suchen sind im Point of Sale-Modul über einen Button aufrufbar. In der Kundensuche wird in der Regel nach dem Namen gesucht. Das ist im Standard so eingestellt. Die Postleitzahl findet man dann im Namen nicht. Sie möchten aber auch nach der Postleitzahl, Straße oder Kombinationen aus verschiedenen Einträgen suchen. Das können Sie natürlich sehr einfach ändern. Öffnen Sie in der Administration die Suche Kunden und aktivieren Sie das Suchfeld Postleitzahl. Es können beliebige Felder aus der Liste gewählt werden oder im Bereich Freie Einschränkungen weitere Tabellenfelder für die Suche verwendet werden. Beschränken Sie das Ergebnis mit einfachen SQL-Befehlen und suchen nur aktive Kunden und Debitoren. Alle ausgewählten Felder werden nun im Suchfeld verwendet. In der Administration wird auch der Name der Suche und das Symbol festgelegt. Speichern Sie alle Eingaben und öffnen Sie den Point of Sale neu. Nun kann auch nach der Postleitzahl gesucht werden und es werden alle Ergebnisse angezeigt. Vermissen Sie eine Suchmöglichkeit wie zum Beispiel die Straße, dann kann diese wie zuvor gezeigt hinzugefügt und in der Suche verwendet werden. Genauso einfach können Sie die Suche für Belege anlegen. Auch hier stehen Ihnen in der Administration diverse Felder zur Verfügung. So lassen sich komfortable Suchen gestalten, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Die enorme Flexibilität der Einstellung und Erweiterung mit SQL-Abfragen ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Suchen für alle möglichen Bereiche. Möchten Sie zum Beispiel alle Winterreifen eines bestimmten Herstellers mit einem bestimmten Profil in der richtigen Größe finden, sind nur ein paar Einstellungen in der Administration notwendig. In der Desk-Tireline reichen schon wenige Teile eines Begriffes aus, um ein respektables Suchergebnis zu bekommen. Alle Suchen sind für alle User verfügbar. Sie können ex- und importiert werden und so für verschiedene Zwecke verwendet werden.